ZEIRRRRRR Scheiße Stimme So, herzlich willkommen zu Pizza Delivery Schwach anesthesich Ich hab ja einen kleinen Gag Schwach 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 Ach Scheiße, es ist warm da Herzlich willkommen zu Pizza Delivery Das war einfach mal so ein kleiner Gag, den ich auch mal hier mit reinbringen wollte. Ich habe ein bisschen Muskelkater und dachte mir so, hey komm, was soll's? Du bist fit genug, du machst das jetzt. Oh, ich habe meinen Wird präsentiert von Gag nicht gebracht. Nein, egal. Pizza Delivery, Interactive Fiction. Wir haben hier Play Controls Credits. Gern mal Turn On, Off und... Guck mal an die Credits. Suicide Note. Controls, where is day to move? Einfach. Das Geräusch des Böse, dieses... Egal, einfach direkt Play. Loading, it's late. You have reached the house, deliver... Was? And the delivery... Das ist gut, ich kann lesen. Delivering the pizza quickly and return home. Na, das ist einfach. Warning, this game is suitable only for gamers of 15 years. Never have... Perso! Ich hab das gleich. 1990. Schwein gehabt. Puh! Okay, 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 okay. Please quit this game if you're suffering... ...vom Hatzis... Also... ...wegen Herzattacken, mach ich mir doch keine Sorgen. Herzattacken ist gewährleistet. So, wir sind alt genug. Wir können auf Herzattacken bauen, ähm. If you're fighting, offen by Darkness, disturbing. Ich muss das Licht anlassen, sonst seh ich eh mich nicht mehr an. Und da ist so der Erfache. Ich bin ein bisschen auch so, so. Ja, guck mal hier. Äh, du, 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 du. Crapfix and the Rootshounds. Don't play this game. Egal, ich pübe es trotzdem. Huh, das sieht nett aus. Oh, wie so nur Arsch langsam. Oh, guck mal. Es regnet. Aber nur partiell. Kann ich einfach wieder gehen? Oh, mein Moppet. Hallo. Ich bin auch verdammt klein im Vergleich zu diesem gigantisch großen Tor. Oh, guck mal. Ja, Sonny Randome Pizza. Pizza von Sonny Randome. Ich bist Pizza ever. Bis Pizza. Ich sag dir, Pizza, Pizza. Ding Dong. Ah, das geht echt automatisch. Hallo. Who is it? Pizza Delivery. Oh, ich bin upstairs. Bitte kommen. Ich bin da in einem Moment. Ähm. Das ist aber nicht die übliche Art und Weise. Nee, sie kommen hier raus und ich zahle das Geld. Und sie zahlen das Geld. Ich warte hier. Hallo. Ja, ja, ja. Ja, Spannern. Ja, Mist. Zeig nur noch eine Hand frei. Äh. Better placed. Pizza on the table. Locked. Wie hat die Tür das gemacht? Okay. Ach, halt auf den Tisch. Okay. Doch nicht auf den Tisch? Ah. Äh. Äh. Extra zwischen den Stühlen. So, wie sich das gehört. Äh. 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 Can you see there? I have my phone. I can see. Form it's light. Okay. Okay. Okay, Strom ist ausgefallen, aber er kann mit seinem Handylicht noch was sehen. Das ist gut. Was? Ächelophobik? Ich hab keine Ahnung. Achelophobie. Was ist Achelophobie? Ah, Angst vor der Dunkelheit. Was tun bei Achelophobie? Ah, Achelophobie. Viele Eltern und Kinder können noch nie küsst dich dann lassen. Ah, okay. Okay, okay. Also Angst vor der Dunkelheit. Gut, 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 gut. Aber ich... Äh, shit, it's staring. Ähm, ich geh da mal wieder. Tschüss. Äh. Äh, she's taking a hell of time. Hä? Äh. Ma'am? Äh. Ich bin ein bisschen betrunken, glaub ich. Oh, we... The power comes back. Äh, die Macht vom Alkohor. Oh, I can't leave like now. Ähm. Kann ich jetzt wieder gehen? Oh, immer noch lockt. Oh, must aber auch. Ich glaub ich bin ein bisschen betrunken. Ein bisschen bet... Kann ich das Fenster öffnen? Hallo. Geht doch nicht drauf. Steckt... Äh. Trampel übers Bett, genau. Gut, 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 gut. Ich hab dem Lahn durchschaut. Wir trampeln übers Bett. Dann trampeln wir über das Bett und klettern da aus dem Fenster raus. Ähm. Ich seh gar nichts mehr. Seht ihr noch was? Okay, okay, okay. Ich hab nen Plan. Ich hab nen einzigartigen, graffinierten Plan. Aha, die Kerze. Gut, 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 gut. Gut, die Kerze gibt uns die... Nice. Macht. Die schwebende Kerze. So, und jetzt. Fenster auf und raus. E-Mail schreiben können wir auch nicht. Okay, okay, okay. Na gut, Madam. Es geht ran. Treppengelände wäre... Ah, ich kann auf dem Tisch tanzen. T-t-t-t-t-t-t. Okay. Treppengelände wäre auch ganz gut. Nicht, dass hier jemand durch die Treppen runterfällt. Uhu. Okay, das ist nur ein Schaukelpferd. Okay, nur ein Puppenhaus. Mit einem kleinen Dämon da drin. Ah, Dreirad. Ich liebe Dreiräder. Das passt wieder zu Jigsaw. Uhu. Äh. Ähm. She is not here. Sie hat ihre Handtasche da gelassen. Ah, ich hab meine Kohle. Sehr gut. I got my money. Und jetzt eins als Null rufen. Ich nehm das Fenster. Ich sagte, ich nehm das Fenster. Oh, wir sind so tot. Ähm. Ah, da ist die Treppe. So, jetzt sollte ich nur rauskommen. Maybe she is downstairs. Schlag doch ein Fenster ein, du Idiot. Äh, are you here? Hallo? Warum sollte ich jetzt wieder raufgehen? Warum? Jetzt mal so aus der Logik. Wir sind ein Pizzabote. Wir liefern die Pizza aus. Wir haben das Geld. Warum auch immer. Warum sollte ich wieder raufgehen? Ich soll irgendwie das Fenster aufreißen und rausklettern. Verdammte Scheiße. Alles ist so. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Muss ja nicht hier penetrant werden. Hä, ich geh schon ran. Hallo? Pizza. Mommy? Mommy, where are you? Mommy? Is anyone to take home, Mommy? Oh, like a scratching piece of pizza. Oh, like a pizza. Kann ich jetzt aus dem Fenster klettern? Wie ein vernünftiger Mensch. Nein. Ja, okay, in dem Stockwerk ist es ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Aber so allgemein die Tür abgeschlossen ist. So langsam, so langsam drückt die Atmosphäre. Das ist doch gleich ein dreckiger Jumpscare. Hä, ich wusste es doch. Ähm. Mommy, that was wrong. Wow. Ähm. War das schon immer rot? Mein Gott, I can't take this anymore. Nein. Das ist immer noch locked. Tch. Oh nein. Was mache ich jetzt? Was? Äh. Don't walk. Or you will die. Oh, until your heartbeat comes down. Okay. Mach ich. Ich warte. Herz hat sich beruhigt. Ähm. Aua. Äh. Gut. Wir sind tot. Das war gut. Ich spiele jetzt noch mal bis zu diesen Punkten. Ja, ja, ja. Click to continue. Ich spiele jetzt noch nicht. Ich spiele jetzt noch eine Hilfe. Okay, 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 also, soweit ich es gesehen habe, er hat Angst vor der Dunkelheit und bildet sich wahrscheinlich deswegen so einiges ein, das kann gut möglich sein, ich bin jetzt noch zwei, dreimal gestorben, ich probiere das jetzt hier noch einmal mit dem Handy, jetzt kommt sie, hallo, Frau, und jetzt darf ich mich auf einmal nicht mehr bewegen, bis das Herz wieder stillsteht, wenn ich jetzt aber wieder sterbe, can't take this anymore, deswegen bleibe ich hier stehen, stop moving my heart, nothing's real, it's all my, ich bewege mich ja nicht, ich mach nichts, ich mach nix, ihr seht, Hände, und jetzt, hallo, ähm, und jetzt? Punkt, 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 ah, erst mal ein Nickerchen gemacht, it's over, oder ist it over, ja, ja, so herum, was, war es alles nur ein Eiltraum, wieso auf einmal auf Deutsch, I'm still in my Haus, ich bin weiter in meinem Haus und schlafe in meinem Bett, hab ich weiter in meinem Haus und schlafe in meinem Bett, hä, gut, ich hab überlebt, ähm, darf ich jetzt wieder, ich darf wieder, nein, das ist nicht sein Haus, why is this happening to me, weil ich Pizzabrote geworden bin, was zum, okay, 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 jetzt ist das eine andere Sorte von Spiel, der Candle is out, I need to matchbox, upstairs first, die waren im Regal, die waren leicht betrunken, aber okay, mach doch, hinne, hopp, okay, okay, cool, 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 durchsucht die Handtasche, ne, schlechter Ganove, ich wollte doch nur mit Lizubau und Pizzabrote, Mann, 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 Dolli, uh, Dolly, uh, I know what you are looking for, I know what you are looking for, uh, don't let him enslave you, the one who listens for your steps, heh, the one who enslaved my family, I will set you free. Follow me. Was? Gut, folgen meiner Puppe. Was soll da schon schief gehen? Da, 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 da. Wie sie Moonwalk-mäßchen langgleitet. Und jetzt? Danke. Hä? Du hast mich verraten, kleines Mädchen. Wir sehen uns gleich wieder. So, Pippchen macht jetzt ganz schnell rum. So, ich behol sie mal eben. Found the main dog. Was zur Hölle? Ein Bafo? Mit Behemoth? Was weiß ich. Ein kleiner Dämon. Na du. Lacka, lacka. Pizza, gib pizza. Na komm schon, lauf so herum. Na, danke. Ah, ausgetrickst. Tschüss. Du bist zu fett, du bist zu fett, du bist zu fett. Den lass ich nicht aus dem Augen. Nee, 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 nee. Ho, 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 ho. Und jetzt? Ähm. Hallo. Hä? Ich hab's aus dem Haus geschafft. Hä? Oh, er tanzt in der Luft. Hä? Theoretisch könnte ich hier entkommen. Rein praktisch sind wir einfach zu fett. Ah, wenn er noch ein bisschen weitermacht, dann ist er bald. Okay, 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 ich probier eins. Hallo. Geh halt nicht die Treppen hoch. Aua, er hat mir eine runtergehauen. Ist mir egal. Das war sein Pizza Delivery Service. Pizza Delivery. Interactive Fiction. Vielleicht gibt's dafür eine Lösung, bloß sie ist mir egal. Wenn's irgendeiner anders gespielt hat oder ein anderes Ending hat. Oder überhaupt ein Ending hat. Schaut's bei dem an. Ich hab's probiert. Mehrfach. Das Beste, was ich erreicht hab, ist, dass ich mich rausge... ...backt hab, geglitscht hab. Ist das so gewollt? Ich hab keine Ahnung. Ich war draußen. Ich freu's an eurem Syro. Blah, 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 blah.